Anderson, wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay, bis dann. Alex Casey? Wie... bin ich noch immer im dunklen Ort? Ich sollte mich umsehen. Da sich die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Eine gruselige Zweigskulptur? Das ist das Schließendste. Nichts? Ja. Das ist das Schiegel. Okay. Sogar die Tiere verwandeln sich in Monster. Sogar die Tiere verwandeln. 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 Sogar sie verwandeln. Sogar sie verwandeln. ein Albtraum. Es macht... Es macht keinen Sinn. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, oh, danke. Danke, danke, danke. Willkommen. Willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer, begleitet uns unsere Hausband, die Old Gods of Asgard. Oh, scheiße. Dann legt mal los, ihr verrückten Wikinger. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dort hingelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbecherbild, den du bewahrt hast. Das kreative Genie hinter den äußerst beliebten Alan Cain zu verlieren. Den Meister, den Verbrechen und den Horror. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow. Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich. Ja. Oh Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch auszubringen. Alles okay. Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lange im Writer's Room eingeschlossen. Ja, aber genau so fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was das ist kein See, es ist ein Ozean, wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich, äh, habe das nicht geschrieben. Ich, äh, ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder, vielleicht hat es ja Ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraumfest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers' Room. Gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine, eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil ihrer Geschichte, Alan? Puh. Wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden? Hallo? Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste nach Hause. Zu Alice. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe in ihr ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Was war das? Was war mit mir? Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte, aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass sich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnten. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher, immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Oh, ihr seid klasse. Willkommen zurück. Wir haben heute eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex-Casey-Fans da draußen. Alex Casey, höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer. Der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier. Den Bestsellerautor, dessen Bücher, den Filmen, als Vorlage dienen. Legen wir los. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt. Aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, äh, was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Äh, das, das ist es nicht. Ähm, äh, Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir, mir, äh, mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaptionen, äh, 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 ähm, ich weiß nicht. Ich, ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein. Spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Einfach super, Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns, schon mehr zu sehen. Moment, stopp. Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Was war das mit dem Schriftsteller? Es ist mir nicht schlecht. hallo da bist du ja bei so viel böse muss es ja auch ein wenig gutes geben das eine existiert nicht ohne das andere schön dich zu sehen ich finde den weg nach draußen nicht können sie mir den ausgang zeigen kannst deinen arsch drauf verwitten natürlich tom das werk wird seinen schöpfer leiten ich wollte etwas aus dem keller für dich holen aber jetzt kannst du es selbst tun viele köche verderben den brei was soll ich aus dem keller holen und mein name ist allen nicht tom ja ein mann mit einem werkzeug zählt für zwei tom nicht wahr und ein mann mit werkzeug kann seinen eigenen ausgang bauen es liegt in einem schuhkarton im keller wo du es zurückgelassen hast sicher wie in den taschen des herrn hier ist der schlüssel eine alte lampe in einem schuhkarton hatte der hausmeister sie für mich zurückgelassen die lampe schien bedeutend ein werkzeug zum erhellen der dunkelheit ich spürte eine magnetische anziehungskraft zwischen der lampe als das licht in meine lampe sprang veränderte sich der ganze raum wie ein ort in einem traum und ein weg öffnete sich die lampe suchte das leuchten meiner lampe wurde zum licht im raum das licht etwas neues aus der dunkelheit gelöst der dunkle ort will mich ertränken ich verliere mich ich muss kämpfen ich muss mich erinnern der klicker der lichtschalter ich habe ihn verloren aber ich habe die lampe die lampe von der der schalter stammt dieser ort ist ein albtraum nicht real und doch realer als alles andere der schrecken ist kein hirngespinst er labt sich an meinem verstand verwandelt alles in eine psychotische realität ich bin gefangen ich schreibe um zu entkommen ich habe es schon viele male versucht unzählige geschichten geschrieben zu viel um sie zu zählen ich versage immer wieder aber ich muss es immer wieder versuchen ich nutze die geschichte um weiter vorzudringen jedes wort ist ein weiterer schritt in die dockerheit ich tauche zum grund die antwort zu finden die karte den kompass und den schlüssel für die tür zu meiner freiheit aber wie öffnet man eine tür die keine ist am grund eines meeres das kein mehr ist in einem see der kein see ist so 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 Vielen Dank.